Oh, ich glaube, dem Kenny geht es immer noch nicht gut. Was ja auch verständlich ist. Meinst du, im Haus sind sie sicher? Willst du reden? Na super. Es lockt sie also wirklich weg? Das könnte von Vorteil sein. Ich weiß nicht, ob die Person die Bekleinung der Bekleinung uns ein Fehler. Whatever, Mann. Ich finde, dass jemand das tun, ich den Bekleinung der Bekleinung für sie. Gut. Ich weiß nicht, ob wir die Bekleinung sind. Wir müssen weitergehen. Oh, mein Gott. Oh. Da wird kein Boot sein. Zeit für Plan B, was auch immer das ist. Bist du sicher über das? Es sieht nicht aus wie ich. Vielleicht müssen wir über Plan B anfangen. Das ist der Plan. Es ist der einzige, den wir haben. Und du schraubst es vor allen, wie du in dem Haus gemacht hast, nicht genau zu helfen. Du schraubst es. Ich habe das nicht so einfach. Ach, Kenny. Besser, du hast recht. Okay. Es war ja eigentlich zu erwarten, dass nicht wirklich ein Boot da ist, aber er hat so gehofft. Er hat von Anfang an gehofft und hat sich darauf verlassen. Ich möchte mir jetzt, bevor ich mir das Fernrohr angucke, möchte ich mir das angucken. Wer hat dieses Warnschild gemacht? Und vor... Was soll das warnen? Also, ich meine, Menschen wird es ja wohl kaum davon abhalten. Und die Zombies ja auch nicht. Hä? Okay. Aber vielleicht soll es doch die Menschen aufhalten, dass die eben da hinten nicht hingehen, weil da noch mehr sind. Ah, okay. Also, es ist tatsächlich dafür gedacht. Was haben wir hier? Die sind mit Sicherheit von den Leuten, die auch die Glocke geläutet haben und von dem Mann, der am Zaun stand. Okay, ich glaube, hier hinten ist nichts mehr und allzu weit weg sollten wir ja auch nicht gehen. Tja, das war es dann wohl mit Kennys Plan. Aber es hätte mich auch, wie gesagt, schwer gewundert, wenn das hier mit den Booten jetzt alles so funktioniert hätte. Ist hier noch irgendwas? Nein? Dann gucken wir jetzt durch das Fernrohr. Na super, können wir es aufbrechen? Irgendwie? Ruhe Gewalt. Okay, heißt, wir brauchen Münzen. Warum hat man auch keine Münzen in der Tasche bei einer Zombie-Apokalypse? Sollte man? Schön, dass du so hilfreiche Tipps für uns hast, Kenny. Zeitung? Zeitungsständer? Tja, und auch dafür braucht man Münzen. Können wir hier zwischen herlaufen? Ne, wie es aussieht nicht. Ach, das ist eine Straßenbahn. Ich dachte erst, das wäre ein Bus. Okay, finden wir vielleicht hier in der Kasse Geld. Das wäre ja zu erwarten. Wer klaut denn bitte das Geld aus der Kasse? So, dann gehe ich doch nochmal hier zurück. Irgendwo muss doch jetzt mal ein Dollar oder irgendwas rumliegen. Na gut. Dann eben nicht. Also wenn er das schon so sagt, hier irgendwo auf der Straße muss Geld liegen. Dann wird es doch wohl hoffentlich auch so sein, oder? Ich brauche Geld! Geld! Oder können wir vielleicht hier runter? Dass wir richtig auf den Steg kommen, da wo Kenny ist? Ach ne, der ist ja runter gesprungen, ne? Hm. Ja, sag mal, wo kriege ich denn jetzt Geld her? Kenny, hast du noch ne Idee? Okay. Vielleicht haben die Zombies zufällig Geld in der Tasche. Wir haben uns die Markierung noch nicht angeguckt, aber... Ich gehe jetzt nochmal hier in diese Gasse. Aber da ist auch nichts. Schade. Hier muss doch jetzt irgendwo Geld sein. Okay. Habe ich irgendwelche Ecken noch nicht abgesucht? Hier muss irgendwo Geld sein. Vielleicht hier in so einem vertrockneten Beet, aber... Ne, wie es aussieht nicht. Komm ich vielleicht doch hier durch? Ich versuche es jetzt nochmal. Oder... Ach klar. Ja. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Sehr schön. Gut. Dann haben wir jetzt ein paar Münzen. Wobei ich auch stark davon ausgehe, dass er jetzt am anderen Ufer auch kein funktionstüchtiges Boot sehen wird. Was? Was ist mit dem Boot? Es wird nicht funktionieren. Halt sind unter der Wasserfläche. Und jemand hat die Batterie entfernt. Du kannst es nicht fixieren. Was? Was ist das denn? So, da haben wir ein Haus. Könnte von der Größe her vielleicht ein Krankenhaus sein? Das hier irgendeine Halle? Boah, nicht dass hier gleich was vorspringt, ne? Ach, Kenny. Ich glaube, es sieht schlecht aus. Was? Na toll. So, hier haben wir... Was? Was ist das denn? Ninja-Action oder was? Get down! Why the hell are we hiding? Someone came down from that building at the end of the street. Where'd he go? Saw him run into that newsstand. Could be our bell ringer. How about we go find out? Klingt nach einem Plan. Ja. Wir wollen keinen Ärger. Ja, wir wollen keinen Ärger. Wir kamen nicht hier und suchen für Probleme. Ja. Ja. Aber es scheint, wir haben einen Weg, um uns zu finden. Schau. Schau. Das könnte der Mann aus der Radio sein. Der Mann, der mit uns beschäftigt hat. Wenn er ist, dann können wir einen Ende an ihn. Jetzt. Okay. Du gehst nach den Mitteln der Strecke. Ich gehe nach den Seiten. Ich schreibe deine Fläche. Wir kommen auf ihn ruhig. Wir kommen auf ihn ruhig. Und nehmen ihn mit Überraschung. Wir wollen nur mit diesem Mann sprechen. Oh, wir werden sprechen. Ach, dass der Kenny immer alles auf die harte Tour machen will. Anstatt da jetzt einfach mal freundlich anzufragen. Oh, oh. What the? Oh. Haha. Oha. Hilfe. Au. Okay, ich bin mal wieder tot. Weil ich damit nicht gerechnet hatte. ähm, ich bin doch ne Clementine das ist ne Frau, ne das ist ne Frau die hat Brüste, es ist ne Frau oder ein Mann mit Brüsten aber ich glaube eher ne Frau Clementine, was machst du hier? Crawford, hast du uns verfolgt? schnapp sie dir, Kenny nicht na toll beruhigt euch einfach ich hab zuerst gefragt aww, sieh so süß was, nein ich weiß gar nicht, was das ist alles außerhalb dieser Barricade was ist passiert hier? du sicher, dass du wissen willst? als alles begann, zu schlafen einige Leute zusammengekommen und verabschieden das ganze Wohnzimmer Leute, die bereit zu tun, um zu bleiben um zu bleiben, um die Menschen zu bleiben ich versuche, sie zu verabschieden warum? Warum? Let's just say they have a zero-tolerance-Policy for anyone who won't or can't live by their rules. So how'd you know we weren't them? Because there are no children in Crawford. Not anymore. Warst du das in unserem Zaun? Was that you at our house this morning, watching me through the back fence? Hell no. Believe it or not, I've got better things to do with my time. Außerdem sah das auch eher aus wie ein Mann, fand ich. What do you mean, no children? Why not? No children, no elderly, no one with an advanced medical condition. Basically no one who might be a burden on the community. Crawford's all about the survival of the fittest. That's how they survived. All the rest of the world went to shit around them. Jesus Christ. Well, just the opposite, when you think about it. What exactly did Crawford do with all these birds? What happened to them? Well, you met some of them already. Fuck me. Yeah. Anyone who got sick. Anyone too old. Anyone they figured wasn't strong enough to survive. To them, those people were just mouths to feed. A drain on their precious resources. How crazy. How do you know all this? Everyone in Savannah knew. What was going on inside Crawford got passed around like a ghost story. Except this one was true. Oh Clementine. Wer hat die Glocken geläutet? Do you know who's been ringing those bells all over town? Yeah, that would be me. I knew it. Lee, I knew she was the one who's been following us. Fucking whips. Get that finger out of my face, Grandpa, before I jam it straight up your ass. I haven't been following you. I don't even know who the hell you people are. Calm down, Kenny. The voice on the radio was a guy, remember? Yeah. Well, whoever you are, ringing those bells this morning nearly got us all killed. Raised the dead all around us. That's the idea, genius. It's how I get around. I ring a bell in one neighborhood to attract the local geeks towards it. Gives me some time to scavenge the areas they cleared out. Geeks? Is that what you call them? Yeah, you know, like at the carnival? Bellied anything, alive or dead. That's pretty smart, the bells. Doesn't take much to outsmart the dead. Bunch of dumbasses. You just gotta move fast. Get in and out, before they start to wander back again. Look, I'm gonna ask you people again. You're not from Crawford, so who the hell are you? What are you doing here? Tja, sagen wir ihr die Wahrheit, wir suchen nach einem Boot. Came down here looking for a boat. Hoping to get our people out of here, find something safe. Yeah, good luck with that. Anyone with a boat took it out of here, as soon as people started eating each other. Any of that got left behind, Crawford stripped them for parks. Cars too. There's gotta be something. If there was, do you think I'd still be here? I've been over every inch of this city. This whole place is picked clean. God dammit! Fuck! Hey, moron. You wanna keep your voice down? Shit. Nah, super! Oh wow. Ach bitte, für Clementine Na, kommt schon Lee, geh hoch Geh hoch Oh oh Können die mal helfen? Irgendwie von oben? Scheiße Ja, das schafft er doch locker, oder? Ach, danke schön Das ist sehr nett von dir Und schneller Keine Angst, Clementine